Moin Leute, meine Damen und Herren, so wie es aussieht, nächste Folge am Start und heute ist ein bisschen was an Admin-Arbeit nötig, so wie es aussieht. Ich habe den Nachmittag schon mal reingeschaut und ich glaube, der Großteil ist schon wieder entfernt worden, aber am Spawn geht mal wieder die Hölle ab. Ja, das Spiel war heute Mittag komplett unspielbar. Am Spawn hatte man 1 FPS und alles war wieder komplett mit Booten geflutet. Und wir müssen mal kurz gucken, was da abgeht und ob wir da noch irgendwas machen müssen oder ob sich die Sache erledigt hat. Aber nicht nur das, es gibt auch noch mehrere Probleme. So wie es aussieht, wurde mit den Villagern hier unten ein kleines bisschen Unfug getrieben und das gucken wir uns jetzt ebenfalls nochmal an und ob wir da nicht vielleicht irgendwas machen müssen. Ich muss dafür nämlich eine Lösung finden. Ich habe mir schon ein bisschen Mühe gegeben und praktisch nachmittags drangesessen und vielleicht habe ich da eine Idee, aber wir gucken einfach mal, was hier vorne noch abgeht. Ich mache mich mal auf den Weg. So, dann stehen die schon hier und mal gucken, was ich zu erzählen bekomme. Tu einfach so, als wären wir gerade gekommen, okay? Das funktioniert nur, wenn ich euch nicht hören kann. Verdammt! Aber guck mal, haben wir noch gut hinbekommen schon. Ja, ihr habt schon gut weggeräumt. Ich wollte jetzt gerade schon reinkommen und ihr komplett ausrasten, ne? Aber ich hätte hier zur Admin-Seite ansonsten die auch so gelöscht, ne? Okay, aber ist ja ganz gut weggegangen, oder nicht? Ja, ist ganz gut weggegangen, aber es gibt ja noch ein paar andere... Ich glaube, aber wenn du die Boote löscht, steht die sein Kistenlager, aber steht aus Booten. Ist es dann in Gefahr? Der steht immer noch aus Kistenbooten. Ich würde ihn nur im Radius löschen, sozusagen. Achso, ja, das war okay. Gut. Ja, wir können ja... Und die Villager, stellst du die auch wieder neu hin? Ja, oder? Die Villager stelle ich auch wieder neu hin, beziehungsweise es gibt generell auch nochmal ein anderes Update. Ich habe noch anderweitig weitergebastelt. Ich habe auch an einer automatischen Lösung gearbeitet, dass man die Villager nicht mehr sich holen kann, weil, wie dem Chat vielleicht auch auffällt, der Steinmetz steht nicht da, wo er eigentlich sein sollte, da steht ein Gommel. Aber was ist das gegen Gommel? Ja, der hat sich hier nicht blicken lassen. Und eigentlich sollten die Villager so ein bisschen auf dem Bedrock stehen, damit ihr nicht auf die Bähnen kommt, die nur einherzuschieben. Der Wondering Trader ist ein bisschen durch die Gegend gegangen und, wie ich gehört habe, habt ihr die eben auch komplett entführt zum Traden. Herr von und zu Cast, wie rechtfertigen Sie das? Nein! Ihr habt doch schon längst eine Lösung gehabt, wo ihr die Steine hergebracht habt und ihr habt die abgerissen und nur um den Villagers zu entführen zum Traden. Oh nein! Oh nein! Es war so witzig, weißt du? Wir hatten eine Glitch gefunden, das macht so Spaß, Bugs auszunutzen. Achso, also die Sachen, an die ich jetzt nicht zwangsläufig denke, weil ich innerstes Vertrauen in meine Mitspieler habe. Die Sachen nutzt ihr aus. Oh, bist du enttäuscht? Auf einer gewissen Skala schon ein bisschen, weil ich eigentlich gedacht habe, dass das eindeutig ist, wie das Spielsystem ist. Okay, aber, das ist unsere Verteidigung, wir haben den Bug nicht gefunden. Der wurde uns nur präsentiert. Achso. Und wir haben ihn eigentlich gar nicht benutzt. Nein. Aber das ist ja egal, wer den Bug, also ich habe ja schon ein bisschen alles mitbekommen, was so abging, ne? Also Noriaks, der war da Feuer und Flamme für. Der hat seine Oma verkauft, wenn er das Ding jetzt noch weiter hätte nutzen können. Äh, nein, also ich weiß nicht. Nein, wie meinst du da drüben, den Villager oder meinst du oben die Boote? Naja, nee, ich meine jetzt hier, die den Villager zu entführen und hin und her zu fahren. Ich habe das alles mitbekommen. Genauso wie Kars, der hat sich gefreut wie sonst was. Ja, also, also... Aber halt, nee, guck, 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 der Villager war ja woanders erst. Und danach, komm, wir leiden uns den kurz aus und dann stellen wir den wieder zurück. So, als wäre gar nichts gewesen. Also hat jemand illegal den Villager entführt, aber ihr habt ihn ebenfalls illegal entführt, weil ihr sozusagen die Geisel noch weiter weg transportiert habt? Nee, wir haben die Geisel von... Genau, genau, bei uns ist es sicher... Aus der Gefahr entfernt. Also, weil ihr es nicht erfunden habt, sondern nur genutzt habt, ist das nicht so schlimm wie jemand, der es erfunden hat? Ja. Ach, richtig. Sehr gute Funfragen. Das war eine Funfragen. Ja, weil der Villager hinter Gomme, weißt du? Und hinter Gomme, ich weiß nicht, ob der da so sicher war. Hier sieht es nicht so gemütlich aus. Findest du nicht im Gang da hinten bei uns da ein bisschen... Da ging es ihm doch viel besser. Ich habe schon gesehen, ich habe alles mitbekommen, was heute abging. Aber ich würde jetzt mal Folgendes machen. Ich würde ein kleines Data-Pack-Up, den machen. Dann gucke ich mal, ob das alles hier so passt und ob das mit den Booten sich erledigt hat, die Geschichte. Weil auf dem Server funktionieren die Commands ja mal wieder nicht so gut wie im Singleplayer. Da geht es jedenfalls. Server konnte ich jetzt noch nicht testen. Das heißt, es wird gleich einen kurzen Restart geben. Und dann zwingt mich die Gruppe immer wieder in den Game-Mode. Dann muss ich mal wieder die Villager resetten. Und ich habe da nämlich noch ein paar Sachen editiert. Tut uns leid. Okay. Ja, dann gleich kurzer Restart. Und ich update immer. Okay. Denke mal, das dauert nicht so lange jetzt gleich. Aber wenigstens haben wir nicht Joe ausgesnitcht, dass der den mit einer Fly-Machine wegtransportiert hat. Ich habe das Data-Pack geupdated. Leute, meine Damen und Herren, ich habe den kompletten Nachmittag hier gesessen und weiterprogrammiert und auch ein bisschen anderes Zeug auch gemacht. Auch für zukünftigen Content und sowas. Die Downloads sind übrigens aktualisiert worden. Das heißt, im Klartext, ihr könnt auch alles bis zum Inke euch gönnen. Das habe ich heute gemacht. Ich weiß nicht, wann ihr die Folge wieder seht. Ich joine mal drauf und wir gucken, was das Anti-Boot-Update macht. So. Erstens, wir sind hier. Ich muss mal ganz kurz ein paar Boote mitnehmen, um zu testen, ob das gleich funktioniert. Aktuell wird es das noch nicht. Aber ich hätte jetzt auch mal ganz kurz hier den ein bisschen weggebracht und den Gommelkopf konfiszier ich mal. Ich glaube, ich muss gleich noch was Secret machen, aber fürs Erste muss ich mal in Anführungszeichen den Game-Mode und ein bisschen was hier ändern. Nämlich, ich mache ein Villager-Clear. Ein Villager-Clear im Umkreis, alle Villager sind weg und wir sorgen dafür, dass die nochmal neu kommen mit einem sozusagen Villager-Reset. Den müsst ihr auch mal machen, wenn das Data-Pack geresettet wird. Alles ist leicht dagegen gefahren worden. Die zwingen mich mal wieder, alles wieder ordentlich zu machen. Ab in den Game-Mode. Sekunde, jetzt holen wir nochmal ganz kurz die Eier. So, ich muss hier leider ein kleines bisschen cutten, weil man darf noch nicht so viele Dinge sehen. Man kriegt nämlich noch mehr in meinem Special-Command und ich muss auch leider in den Game-Mode, um das Ganze jetzt anzupassen und zu machen. Ich hoffe, das geht. Back to Survival-Mode und alles sollte jetzt hoffentlich hier richtig funktionieren. Wenn ich mal reingucke, die Villager, die funktionieren. So weit, so gut. Also alles ist sozusagen resettet. Wir haben alles wieder in Ordnung gebracht. Und wenn ich jetzt ein Boot setze... Man kann keine Boote mehr setzen, Leute. Es funktioniert. Mein Plan funktioniert. Der Patch ist durch. Wir haben es hingekriegt. Und es ist nicht mehr möglich, Boote zu setzen am Spawn. Und auch wenn ich jetzt versuche, mit einem hier wahrscheinlich da reinzufahren... Zack! Seht ihr das? Das Boot verschwindet einfach. Der Spawn ist ab sofort eine bootefreie Zone... Oh, ich bin schon wieder rausgegangen. Eine bootefreie Zone. Das war's. Ja, also man hat es leider nicht gesehen gehabt, aber der komplette Spawn war mit 1 FPS hier mit Booten gefüllt bis zur Decke. Automatisches Ding, was jeder Dispenser irgendwie aus Craft her kennt. Und wenn wir dann einfach mal hier hingehen und wie auch immer er jetzt ein Boot setzen will, ist egal, ist egal, ist egal. Plopp! Die verschwinden einfach, wenn man in eine gewisse Nähe kommt. Also die können das gerne versuchen. Aber das geht wahrscheinlich nicht. Natürlich, weil ich weiß nicht, ob da wieder irgendwer irgendeine andere Lösung oder sowas für finden wird. Kann ich mir schon vorstellen. Aber wenn man dann irgendwie hier jetzt versucht zu setzen... Ja, das sieht gut aus. Dann haben wir Ordnung geschafft. Ich werde aber die restlichen Boote, die werden dann hier halt jetzt stehen bleiben. Da haben die Pech gehabt. Hier sieht es komplett aus wie Sau. Waren hier vorne echt noch welche drin? Da sind auch noch welche drin. Da sind auch jede Menge Mobs drin, die parken da. Da seht ihr noch die Reste. Ich will gar nicht wissen, wie viele die hier hatten und viele geklärt haben. Aber auf einmal sind sie ganz alle... Alle ganz auf einmal ganz schnell auf einmal weg. Meine Güte. So, den Gommelkopf, den konfiszier ich auch noch. Jetzt bin ich nämlich jeder Gomme. Jetzt habe ich alle geprankt. Weil, äh, Boote nix mehr. Ja. Hier sieht doch alles komplett zerstört aus, muss ich sagen. Ich kann, äh, wenn mal Wasser platziert und so, ne, dann werden die nicht weggeschwemmt. Das habe ich schon getestet. Sowas Pisten habe ich noch nicht probiert, aber sollte eigentlich auch nicht gehen. Äh, ja. Ein Problem gefixt. Und wir warten drauf, dass die nächsten kommen. Ich habe heute Nachmittag mir echt ein paar Gedanken gemacht, aber auch noch Content-Updates geboten. Für zukünftige Dinge, die kommen. Und da bin ich echt gespannt, wie das dann ankommen wird. Ich habe mir sehr viel Mühe noch gegeben heute und den ganzen Nachmittag angesetzt. Ich bin gespannt, was da passiert. Schön. Das war jetzt aber erstmal wichtig, auch hier zu klären in dieser Episode. Und ich glaube, ich muss nochmal ganz kurz gucken. Äh, war da wirklich was mit Joe? Wollt ihr die mit der Fly-In-Geschiene wegfahren lassen? Nein, ich glaube nicht. Haben die vorhin noch das Gag gesagt. Blub. Einfach alle geprankt. So, Leute. Aber ein Gedanke kommt dann doch noch. Jetzt haben wir das mit Booten geklärt. Die Frage ist, was ist mit Minecarts? Hat der Chat direkt gesagt, da sollten wir vielleicht mal hingucken. Und warum kommen jetzt das Neues lieber hier die Mobs raus? Was ist denn hier los? Ja, du bist wieder Stein auch dabei, ne? Ich habe mal ganz kurz einen Minecart gemacht. Ich habe auch noch einen Mentalleiter vor, weil ich oben die Farm noch am Bauen war. Aber, wenn ich jetzt hier einen Minecart setze, sag bloß, das geht auch noch. Leute, wenn ich das jetzt nicht gefixt hätte, ich sag's euch, dann wäre ich morgen wieder gekommen und die wären wieder weg, weil die die alle mit Minecarts weggefahren hätten. Machen wir jetzt den Spark Big Brain Move und sorgen dafür, dass ebenfalls keine Minecarts hier funktionieren? Ich glaube, die Antwort ist ja. Ich muss nochmal ein kleines bisschen was basteln und eventuell müssen wir nochmal einen Restart machen und dann gucke ich mal, ob ich das wieder resettet kriege. Wenn alles klappt, dann haben wir jetzt auch kein Minecart Problem mehr. Ich gehe auf den Server drauf und ihr seht, das Minecart ist weg. Und wenn ich jetzt hingehen möchte und irgendwo am Spawn auch nur versuchen möchte, einen Minecart noch zu setzen, dann verschwindet das ebenfalls. Das heißt, die Sache geht. Gott sei Dank. Wir haben es. Das heißt, ich werde jetzt nochmal die Villager einmal resetten und dann kann man sie auch nicht mit Minecarts entführen. Wir haben die kompletten Buglücken damit geschlossen. Ich hoffe, man das passt. Das hat auf Anhieb funktioniert. Ich bin echt froh drüber. Okay, Leute, auf ein letztes Mal. Wir resetten die Villager wieder. Den dahin. Und den Trader dahin. Und das dahin. Und dann sollte alles passen. Minecarts nicht erlaubt. Die Teile sind alle richtig. Und das ist auch richtig. Und dann geht's. So, dann haben wir doch mal wieder die Welt gerettet und haben jetzt morgen nicht das Problem, dass die Leute auch auf andere Art und Weise uns irgendwie hier die Villager klauen können. Das wäre nämlich ziemlich schlecht gewesen. Ich hoffe mal, damit haben wir das Kapitel auch abgeschlossen. Stone Attack ist wieder sicher. Die Alien-Biene hat's gerichtet. Ja. Soviel dazu.